Wie schnell kann ich in Endlos aus Schwer ein Boom Boom berühren? Okay, da könnte ein Boom Boom vorkommen, theoretisch. Brauchen wir den Block. Nehmen wir mal mit einfach, da kommt ein Pilz raus. Ja. Kommen wir da hoch. Ah, egal, da können wir unten durch. Münzen sind uns gerade völlig egal, wir brauchen Boom Booms. Und die warten meistens am Ende auch von dem Level auf uns. Besten wäre ja ein Boss Rush, da kommt das sicherlich vor. Oh, 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 oh. Coole Idee, aber puh, anstrengend. Okay, okay, immer noch kein Goomba, äh, kein, kein Boom Boom. Ich sehe auch echt die Hoffnung nicht sehr hoch, dass hier noch einer kommt. Und, okay, dann skip mir, da war das Ende. Super Mario World, da könnte ein Boom Boom kommen. Okay, wir beeilen uns, wir beeilen uns. Ähm, ein Puzzle Level? Und warum ist da eine Bombe drin? Da kommen wir durch, ja, hier drüber. Das sieht mir nicht nach Boom Boom aus. Egal, egal, egal. Helm mit dem Helm. Das war nicht gut. Egal, skip, 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 weg mit dem Level. So, bitte ein Boom Boom, das sieht aber nicht danach aus. Das sieht eher danach aus, als müssen wir uns runtergraben. Gut, wird geskippt. Äh, okay. Speedrun, da wird keiner vorkommen. Skip mir gleich direkt. Da kommt keiner vor. Da wird auch keiner vorkommen und die kann ich sowieso nicht. Nee, da sehe ich schon, da ist keiner. Weiter. Okay, hier könnte aber einer vorkommen, oder? Als Käfer Mario. Die machen uns nix. Da ist Käfer Mario. Jetzt habe ich die nicht aufgehoben, hä? Nein, es könnte einer vorkommen, aber sicher weiß ich es auch nicht. So, jetzt haben wir den Helm. Die Patient meinen die. In eine Pipe, 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 Pipe. Reiner. Da springen wir drüber. Wir haben keine Zeit, darunter zu rutschen. Okay, Totenkopf-Plattform. Achtung. Okay, okay, okay. Das war gemein. Direkt an der Wand. Da wäre ein Koopa, der bringt uns aber nix. Okay, das sieht auch nicht danach aus, oder? Ah, schwer. Könnte ja im Bosskampf dabei sein, oder? Ja, ich nehme natürlich mit. Die Zeit nehmen wir uns. Das musste sein. Der Neustart musste für den Boom sein. Okay. Kommt da auch noch was Böses raus? Den Pilz sogar. Nein, okay. Ich dachte schon, dann werde ich wieder gesauft-lockt. Ich sehe leider immer noch keinen Boom-Boom. Wie kann es sein, dass er so wenig auftaucht? Ich sehe alles, aber keinen Boom-Boom. Gib mir doch bitte einen Boom-Boom. Weiter, 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 weiter. Okay, wir springen auf den Raketen. Ah, kommt da einer? Ich glaube nicht. Eher die klassischen Level haben Boom-Boom. Speedrun hat keinen Boom-Boom, da bin ich mir ganz sicher. Sieht auch wieder an einem eher Gimmicken-Level aus. Wollen wir einen Triple-Jump? Ja, weiter, weiter, weiter. Da gibt es eh keinen Boom-Boom. Oder auch nicht. Na, vielleicht. Die Chance besteht, würde ich behaupten. Da kommen wir nicht ran. Oh, da kommt einer raus. Die Bieter wahrscheinlich, ja. Wir tragen uns hoch, tragen uns hoch. Die Chance besteht definitiv, aber wir müssen noch abwarten. Ja, da reisen wir rüber. Eigentlich echt ein cooles Konzept bei einem Level. Leider bringt uns das gerade gar nichts. Wir wollen eindeutig Boom-Boom sehen und kein cooles Konzept bei einem Level. Boom, 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 boom. Oh, oh. Ah, da war ich da oben drauf. Aber skippen wir uns das dauert viel zu lange. Das könnte auch sein. Schloss sieht aus nach einem Bosskampf. Ein Bosskampf muss doch mit Boom-Boom sein, oder? Kann auch mit einem anderen Gegner sein. Aber hey, wir wollen Boom-Boom sehen. Keine Bowser-Juniors. Oh, oh, der drückt nicht weg. Der macht nicht platt. Oh, 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 oh. Ganz knapp. Die Münzen brauchen wir nicht. Oh, aber den Pilz brauchen wir wieder. Oh, kein Pilz. Oh, war das knapp. Das war auch sehr knapp. Hat Sorten vielleicht Pilze? Ich bräuchte einen. Sonst komme ich nicht mehr weiter. Jawohl. Also ich komme schon weiter, aber die Chance, dass ich kaputt gehe, ist dann... Seht ihr? Hoch. Hier rüber. Coole Idee. Hoffentlich hat die am Ende den Bosskampf, die Idee. Wirds so gerne am Ende den Bosskampf sehen. Die geht unter die Erde. In die Lava, meine ich. Nein. Oh, das ist so lang. Gleich eine Blume. Oh, okay. Mal ein Power-Up, was sich uns was bringt jetzt. Ich habe eigentlich immer Ducken hier hinten drauf. Und da wollte ich mich gerade ducken. Aber das hat ein Spinjump gemacht. Solange du ein Boom-Boom-Level hast, ist mir völlig egal, was das bedeutet. Da sehe ich keinen Boom-Boom. Okay, das... Da muss doch einer sein. Oder ein fliegender Boom-Boom. Der würde perfekt hier reinpassen. Oder wie seht ihr das? Das war so blind. Gemein. So, hier rüber. Ja. Warum kann man da hochklettern? Was bringt das? Naja. Den Clown-Cars ist meistens schon mal ein Zeichen dafür, dass vielleicht ein Bosskampf kommt. Also ein Gegner einem Clown-Cars. Warum sind wir so langsam? Das ist von dem Night-Theme so. Das ist ja sehr langsam. Los, grab das auf. Genug. Rein da. Oh, oh. Was passiert hier? Okay, wir gehen zur Seite. Okay, okay, okay. Wir stehen mal ein bisschen... Ne, weiter vorne, dann sehen wir, was kommt. Okay. Wollen wir da drüben rein? Wir wollen da unten rein wahrscheinlich, oder? In die Pipe, in die Pipe. Ja, okay, in die Pipe. Coole Idee. Kommt ein Monty raus, ja? Und der dringt uns auch runter. Gibt es da vielleicht wieder eine Pipe? Vielleicht. Okay, schnell rüber. Geh in die nächste Pipe. Boom, boom. Bitte sack zum Schluss noch ein Boom, Boom. Nein. Schönes Level, aber kein Boom, Boom. Mann, oh. Okay, hier könnte einer drin vorkommen. Und das ist auch sehr klassisch. Hier würde ein Boom einfach komplett Sinn machen. Nein, der Hammer, Bro. Ach, Mann, oh. Wir brauchen einen Pilz, um möglichst schnell durchfliegen zu können. Es müssen wohl leider hier unten rein. Warten wir uns, bis die ganzen Leute hier wechseln. Ja, da ist einer. Wusste ich es doch. Aha, Hammer, Bro. Da ist ein Bowser. Leider kein Boom, Boom. Aber er benutzt schon mal den Boss. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, oder? Er hat schon mal einen Boss drin. Also vielleicht kommt ja auch noch ein Boom, Boom vor. Oh, Treffer. Oh, war das knapp. Damit könnten wir gleich nach links reiten. Aber wir wollen ja... Macht auch nichts. Wir wollen eh einen Boom, äh, einen Boom, Boom finden. Okay, ähm, hallo? Hä? Geht dann, springen wir mal nach rechts. Natürlich geht es nicht. Kann man da unten durch zurück? Nein. Irgendwer muss einen Schlüssel haben hier, oder? Oh Gott. Eine Feuerblume? Natürlich verliere ich die sofort wieder. Wie gemein war das denn? Den muss man bestimmt besiegen, oder? Da kann man rein, okay. Noch mehr Feuerblumen. Geht einfach nur ein Boom, Boom. Bitte kein Bowser. Nicht Bowser Junior. Ich will ein Boom, Boom. Das ist kein Bowser Junior. Das ist ein... Ein... Ein Lamio. Der hat einen Schlüssel. Damit kommen wir in der... In dem Raum weiter. Nein, ich hätte so gerne die Feuerblume behalten. Da reiten wir nach drüber. Das muss auch, oder? Da kommen wir sonst nicht hoch, nämlich. Ah, vielleicht doch. Naja, auf jeden Fall kommen wir da hoch. Rein da. Müssen noch da reinkommen, irgendwie. Aha. Aha. Die Zeit nehmen wir uns kurz. So. Geh durch die Türe. Nochmal so ein... Boah, ist aber kein Boom, Boom. Warum nicht? Was habt ihr gegen Boom, Boom? Nein. Okay, wir skippen. Wir skippen. Das ist viel zu lang. Okay, Gimmick Level. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Weiter. Nicht Neustart. Ich wollte skippen. Okay, Speedrun hat eh keinen Boom, Boom. Oder meistens nicht. Ist wieder ein Speedrun. Aber da könnte einer dabei sein, oder? Bezweifel ist weiter. Leider auch nicht. Glaubst nicht, dass hier einer kommt, oder? Glaubt ihr dran. Ne, bestimmt nicht. Das ist ein Speedrun wieder. Wieder ein Speedrun. Speedruns haben doch keinen Boom, Boom. Bestimmt nicht. Vielleicht als Obstacle irgendwo, aber... Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ja, fertig. Geschafft. Wir hätten skippen sollen. Ist ja schneller gegangen. Hm. Sieht nicht danach aus, oder? Was sagt ihr? Ne, ist zu sehr Kai so. Gleich weiter. Spring Drop. Ja, okay. Kein... Da ist eh kein Goomba dabei. Ich meine, ich kann den Trick. Manchmal. Aber da ist kein Goomba dabei. Oh, die Schwerelosigkeit. Die ist so langsam und zeitverschwenderisch. Ähm. Was für ein Spiel. Da muss man die Bomben durchmanövrieren. Hä? Hat ein Fallschirm. Hat er nicht. Kein Fallschirm, hat er nach rechts halten. Der ist zu schnell. Oh, dieser Millimeter. Nicht nachher. Ist das das ganze Level? Weil man rutscht leicht nach vorne. Muss man immer wieder kurz korrigieren, oder? Das war zu viel korrigiert. Ne, war es nicht. Ist das wirklich das ganze Level? Ich lache sowas von Buddha. Bitte, hier könnte ein Boom Boom noch auftauchen, oder? Ach nein, nicht, dass ich wieder Game Over gebe. Beim Level, wo es so vielversprechend aussieht. Boom Boom. Oh, der Level heißt sogar nach Boom Boom. Bitte mal auf gar keinen Fall Game Over gehen. Hier haben wir einen Boom Boom. Garantiert. Warum lasse ich mich treffen? Warum lasse ich mich treffen? Wir gehen oben lang. Wir brauchen keine Zähnermünze. Ne, ne, ne. Wir brauchen nur den Boom Boom. Geh bloß weg, du Knochen trocken, du. Geh runter. Wir müssen am Ende kommen, da kommt ein Boom Boom. Wir schwitzen so die Hände gerade. Ich bin so aufgeregt. Hier am Ende muss ein Boom Boom kommen. Komm, Pilz. Ja. Okay, schnell durch einfach. Oh, da kommt eine Rakete raus. Da auch. Oh, nicht lassen. Das ist doch meistens ein Anzeichen für einen Bosskampf. Boom 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 Boom. Wieso kein Boom Boom? Und da werde ich getroffen. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Muss ich hier hoch? Da rein. Okay. Oh, hat gereicht. Okay, okay. Rein da. Ähm. Okay, unten durch wahrscheinlich. Okay, Lava. Ganz viel Lava. Neue Eichel. Perfekto. Ich hätte so gerne einen Boom Boom. Bitte gib mir einen Boom Boom. Gutes Level auf jeden Fall. Wenn jetzt noch ein Boom Boom kommt, dann kriegt das sowas von einen Like von mir. Jetzt aber. Boom Boom. Bitte, 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 bitte. Da ist er. Da ist er. Berühren. Ich will ihn auch besiegen, oder? Nee, berühren reicht. Berühren reicht. Ja, wir besiegen ihn noch. Aber Timer steht schon mal. Da haben wir Boom Boom berührt, jetzt besiegen wir ihn noch. Helikopter. Okay, der ist gut für Boom Boom, oder? Dass der nach oben geht, das ist so gemein. Okay, wir haben ihn nicht besiegt, aber berührt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.